Hat nicht funktioniert bei mir. Gibt's die? Gibt's die noch? Die Steam-Nummer? Doch, die ist bei Steam. Freunden. Freunden zu führen. Und dann musst du die Nummer eingeben. Dann findest du genau nicht, weil man weiß, dann gibst du raus. Warte, 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 warte. Steam? Nein, nein, nein. Ich rede doch von Discord. Im Steam kannst du doch nicht ein Voice-Chat machen. Das weiß ich gar nicht. Das ist wie gesagt. Ich bin nicht so bewandert mit Computern. Ja, aber wir spüren, dass die anderen vielleicht noch ein paar Fehler machen, ne? Also keine Sorge. Wir sind hier zum Sport. Ich wecker nicht. Wir sind hier zum Sport. Ich sterbe ja teilweise auch manchmal, weil ich einfach dumm und greeny bin. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt einen Chicken Dinner nicht kriegen, dann wär das... Du hast jetzt die Messlatte sehr hochgehängt gerade. So, warte mal. Das zählt ja sowieso nicht. Ich hab gestern noch einen ersten. Ich hab auch nichts gemacht und hab auch nichts bekommen. Achso, ja, gibt's auch nicht. Es gibt höchstens Lob und Anerkennung. Hier ist ein Zelt. Was macht denn das? Nein, aber weil du sagst Chicken Dinner, das hat er doch gar nicht angezeigt. Ich bin Erster geworden, der hat überhaupt nichts gesagt. Ja, ja, weil es ein Custom Match war. So, also ich bin eigentlich starb, dann SR-Kompensator noch und ich bin dabei. Und vielleicht noch ein erweitertes Magazin für AR. Okay, great, great Flugzeug kommt, hast du, du bist doch in Pochinki, du hast doch bestimmt ein Flugzeug, ein Auto, oder? Warte mal, ich gucke, seid ihr gar nicht hier? Nein, wir sind nicht da. Wir kommen aber jetzt, glaube ich, wir kommen jetzt zu dir hoch. Dann sind, dann sind noch welche bei mir im Kopf. Ich dachte, ihr seid, dass die hinter mir rumgedrungen sind. Nee, nee, du bist nicht, du bist nicht... Ja, ja, nee, hol dich mal besser raus. Hast du eine Smoke? Ja, warum? Für den Fall der Fälle, so, okay. Ich suche eigentlich nur Klinik. Also, du, nochmal, Wiederholung, du gehst, du gehst, du gehst, du gehst auf dieses Linktree-Ding und da findest du dann den Link zu meinem Discord und da kannst du mich einfach dazu adden. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir nochmal einen neuen Anlauf. Ich hab die Nummer jetzt, die muss ich nur in Ruhe in den Discord eingeben. Ja, wenn einer noch einen Red Dot sieht, das würde ich noch nehmen. Ich probiere das mit dem Discord jetzt mal parallel hier, dann müssen wir... Ja, ich, wie gesagt, ich hatte Discord einmal oben und den Account, da habe ich ja das Passwort vergessen, kann ich nicht mal resetten. Ja, und wo muss ich dich da jetzt... Wo muss ich dich da jetzt... Wie kann ich dich adden? Ja, das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, wie man da jemanden addet. Ich bin nämlich im Discord auch nicht so der Übergue. Du hättest sehen müssen, wie das mit dem TS damals anfängt. Ich habe drei Stunden gebraucht, bis das alles funktioniert hat. Aber wenn ich da eine Zahl eingebe, dann blendet das alles aus. Warte mal, Add Server? Nee, die Zahlen, die ich dir geben, die musst du auch in Steam verwenden, um mein Profil zu finden. Nee, ähm... Wie heißt du den Discord? Boston Bullet, genau wie hier. Extra so gemacht, dass du dich findest. Okay. Aber da finde ich dir auch nicht... Osten Bullet. Nee, Discord hast du... Discord hast aber auch noch so ein Hashtag und dann vier Zahlen dahinter oder so, ne? Oder ist es... Nee, ist es inzwischen neu, oder? Ja, ja, genau. Also ich hab... Kann ich euch mal um eine Sache bitten, ja? Also ich gebe mir jetzt echt Mühe. Ich konzentriere mich jetzt rein aufs Game. Ich suche nur noch einen Raptop. Das steppt mal in meiner Gegend überhaupt nicht so krass. Entweder wir splitten uns, weil ich wirklich rein nach Gehör spiele. Ich spiele das wie ein echter Solo-Cure. Ja? Also ich spiele generell. Ich spiele nur nach Gehör als älterer Mensch. Und dann... Aber ich hör dafür richtig krass über die Karte. Ich mein, hättest du das richtig eingestellt. Ich sag dir, ob sie rechts oder links kommt. 100%. Okay, alles klar. Nur deswegen wäre es gut, wenn wir nicht ganz so dicht nebeneinander sind. Weil ich kann dann euch nicht von den anderen unterscheiden. Ich seh zwar die Farben, aber trotzdem, wenn ihr noch einer steppt, höre ich den Heim. Alles klar. Das haben wir dir noch erzählt. Du kuschelst gerne. Ich? Ja. Wer hat was erzählt? Ich weiß nicht so genau, wer das genau war. Also immer wenn ich sie gesehen habe, sind sie umgefallen. Gekuschelt habe ich denke ich mit gar keinem. Okay, der Merchensy-Picker kommt jetzt. Also ich seh keinen hier. Hä, wo sind die alle? Wie gesagt, der Schwung ging bei School runter. Ne, aber ich weiß, dass... Ich weiß, dass in Pachinkie welche gelandet sind. Also ich hab falsch hinunterkommen sehen. Ja, ich auch. Aber ich dachte, dass seid ihr gewesen. Die waren hinter mir irgendwo bei Charge. Keine Ahnung. Die hatten bestimmt eben so da, wo ich dann bequete habe. Nach dem von gestern werden die wahrscheinlich ultra abcampen. Die spielen nicht mehr offen, glaube ich. Hat's nicht ausgeschlossen. Die locken bestimmt irgendwo auf der Toilette. Brauchen Extended Mac für die SMG. Weil der eine, der letzte von denen, der mit B, der hat gestern ja auch nur noch gelegen und gekämpft, weil er das dann wollte rumreißen. Aber dadurch, dass er sich bewegt hat, hat man halt gleich gesehen. Du meinst nicht Pivo? Ne, Babauk. Oder irgendwie so ist der. Der hatte mich auch geedit. So, dann gehen wir jetzt mal suchen. Ich hab alles, was ich brauch. Ich würde jetzt mal ein bisschen actionieren. Irgendeiner wollte Mini spielen und hier liegt einer. Ich will das nicht. So, jetzt mal zu dem, der hier noch ganz neu ist. Du kannst ja mal ein bisschen was jetzt probieren, dass du das mal übst, das Verhalten. Zum Beispiel, geh mal an eine Wand. Also mir musst du nix erklären. Was? Mir musst du nix erklären. Ich bin, wenn ich mal so schlecht. Also ich bin schlecht. Erklär mal. So bin ich hier hin. Ich geh mal. Bei dem Modus kannst du vorbeigucken. Also du siehst mich ja hier schon. Das heißt, du kannst ja rein. Ich seh dich jetzt auch. Jetzt seh ich deinen Fuß. Hier seh ich dich zum Beispiel nicht. Du kannst ja rein theoretisch schon rausziehen. Ich hab eigentlich normalerweise gar keine Chance. Du hast immer Vorrein. Das gleiche ist es mit dem Berg. Mit einer Mauer. Mit allem. Wollt ihr gerade am Doppeln? Ja, ja. Bist du nicht gerade in einem Custom? Ah. Da gibt's noch andere schöne Spiele rein. So, jetzt gehen wir mal Richtung School. Die müssen ja irgendwo sein. Wir sind gerade mit Boston Bullet im Team. Und Boston Bullet hat aber noch keinen Discord. Deswegen höre ich den jetzt nur ingame. Und erzählt mir gerade, wie ich so um die Ecken rumgucken kann und so weiter. Und ich höre ihn doppelt. Und Blacky hört sich das alles wieder an. Also mach dir dann vierer Team so was. Ja, vier gegen vier was. Drei gegen 30, äh, gegen drei ist es aktuell, aber wir werden wahrscheinlich dann nochmal eine Runde machen. Ja. Okay, also ich würde dann mit dem Christen aber auch mal dazu stoßen, dann können wir dann drei gegen drei gegen zwei, wir gehen zu einem zweier Team. Reicht uns. Ich will hier schon mal das ein Sohn. Wollen wir euch. Ja, ja. Können wir machen. Das gleich. Ja, nee. Ich will euch da gar nicht reinbringen. Ich wollte es ja nur so, ich dachte, weil vorhin gesagt wurde, dass du anfangen tust. Nee, ich jetzt nicht andere, die Gegnern sage ich mal. Boston Bullet, du musst jetzt alle killen. Wir werden, wir werden nicht maximal reviven. Du hast jetzt, du hast jetzt so getraumelt hier gerade. Du musst jetzt alle killen. Die restlichen Sex im Server. Okay. Ja, dann geht ihr mal vor. Nein, nein. Oh, red zone, red zone. Warum ist ne Tür offen, aber unten bist du. Hier können welche sein, in dem, äh, in dem... Sag mal, sind wir hier nicht gelandet? Das kommt mir zu spartanisch, das kommt mir zu spartanisch vor. Die Türen stehen offen, da bewegt sich nichts. Also entweder kämmt hier so eine Art ab, aber ich bin zweifel eher, dass das auch nur fake ist. Ja, das ist nur so ein Durchreiseortgebiet. Geht für mich. Was ist los? Das ist der einzigste Nachteil mit so wenig mit der Zone, wenn die so langsam geht. Ist halt, da gibt es halt noch andere Mods. Aber da kannst du halt nur zu viel rein starten. Da ist das halt irgendwo, wo die Kisten da so vorgegeben sind, die du aufmachst. Aber, ähm, das geht halt schneller. Da hast du wirklich nur eine Endzone und dann geht das los. Dann bist du halt nach ein paar Minuten fertig. Und hier haben wir diese Instant-Dings da. Ja, das spiele ich eigentlich ganz gerne. Aber hier ist das gestern, das war zwar nicht schlecht, aber du musst halt ewig lange suchen, bis du mal hinten siehst. Aber dafür haben wir unterhaltsame Unterhaltung hier gerade, finde ich. Und die Sache ist halt auch die, dass, äh, einige Bromenten denken, das ist ein Equipment-Homo. Ja, Rob. Jetzt ist die große Frage, sind wir die ersten, die den sehen und sind wir die ersten, die... Ich will den ja auch nicht haben. Das ist für mich ein Bait. Zum Beispiel stelle ich auch ganz gerne nochmal... Naja, kannst du vergessen, der Gegner auch. Auf meinem Account habe ich ja feine Autos. Dann bestelle ich halt mal einen Aston Martin oder sowas hin oder meinen Oldtimer. Dann hoffe ich, dass er da rangeht. Klappt öfters im Casual übrigens ganz gut. Kannst du gerne mal ausprobieren, du hast auch so schicke Autos. Ja, das stimmt ja. Habe ich mal ein komplettes Fiat-T mit hochgejagt. Hast du einen Benzin-Kanister drunter gestellt? Hingestellt? Natürlich. Und die eingestiegen, dann hat es mal kurz geklingelt. Die D ist nicht schlecht. Wollen wir einen Aston Martin irgendwo hinstellen? Naja, aber das funktioniert hier im Casual nicht. Können auch einen McLaren hinstellen. Den kennen sie vielleicht noch nicht. Seit wann spielst du das Game? Na ja, abend tue ich es drei Jahre, spielen tue ich es zwei. Weil vorher hatte ich einen scheiß Laptop. Jetzt spiele ich auf dem Laptop mit einem 27 Zoll Monitor, da macht das schon Spaß. Da siehst du auch deutlich mehr. Gerade wenn du ein bisschen älter bist, ich werde dich ja ja 40. Also deswegen, und habe vor vier Jahren mit einem Zocken angefangen, oder vor fünf. Oh, 40 wirst du? Ja, ja, deswegen. Also deswegen sind meine Reaktionen noch nicht die besten. Deswegen spiele ich rein nach Gehör, wie gesagt. Ich spiele das anders als andere. Manche verteufeln mich dafür. Nach Gehör zu spielen ist eine der besten Sachen, die du machen kannst. Wenn du selbst weißt, wo der ist, brauchst du keine Reaktionszeit von einer hier, von einem zehnjährigen Möbel. Kennst du den Soundblaster G6? Ne. Mit dem Scout-Mode? Google das mal. Das hat meine Kopfhörer schon von Hause aus. Das ist echt richtig krass. Am Drop ist keiner? Das ist so ein bisschen cool. Die können hier auch nicht auf den Drop. Ja, ja, die haben alle Schüsse. Ja, aber warum? Ja. Die kennen den Account hier hier gar nicht. Die kennen hier nur den anderen. Ja, ja, aber... Vielleicht ist das. Doch, natürlich, wissen Sie. Ich habe doch gesagt, das ist Camel... Camel... Camelman. Hat in Secret Room hier jemand nicht, ne? Warte mal ruhig, ich sehe sie. Wo ist... Markier mal bitte. Ich bin schon ein bisschen einig, ne? Zwei sind noch. Was war da los? Am Fenster ist einer. Im Haus ist auch low. Hat ein Doppelhit auf dem Schädel. Oh, zwei weg. Sehr gut. Die Bibo will sich so freuen. Jetzt war es am Fenster ist noch einer. Der ist im Haus auf der anderen Seite. Die pieken viel zu langsam, deswegen haben die eigentlich kaum eine Chance. Und die beiden haben auf der Straße getanzt. Wirklich? Ja, die haben mit ihren Lichtern getanzt und haben sich gefreut. Oh, das ist... Das sollte man nicht machen. Der ist der erste Lack. Guck mal, ich bleib ja stehen und das. Was macht Blackie? Blackie läuft mal rein, sagt so, ja, Boston Bullet rottet die mal aus. Wir gehen mal in die Zwischenzeit. Keine Ahnung. Wie aufs Facing. Dass der im Haus überhaupt noch lebt, Alter. Die reviven sich bestimmt die ganze Zeit. Auf wen schießt du, Blackie? Auf? Ah, okay. Es muss irgendwo noch... Der macht stürmisch den. Er schießt dir mal. Ich lauf da mal runter. Ich geh mal vorsprechen. Ich lauf da mal. Was ist das? Ich lauf, was... Ich lauf. Was ist das? Was ist das? lauf dann so jetzt darfst du ja nur ein team sein so welchen willst du noch mir egal der boston wurde halt macht die kills hier ich sag's dir da ist die krate warum fahren wir jetzt nicht bei blackie vorbei auch bei blackie wird geballert abgeholt hast du mir dies doch da ist er ok sie sind da oben ja genau jetzt müssen sie dann zu uns kommen ja das war nicht gut ne jetzt sitzen wir alle hinter der gleichen ja warte ich hab ich geh weg auf andere seite und ihr schießt mal damit ich ein bisschen vorguss kriege also ihr schießt auf die richtung wenn die sich bewegen blackie hast du das ding genommen jan ja ich hab mich schon gehalten blaue marke steht einer ich hab mich schon geholfen ja ich hab mich schon geholfen von der seite schlüssel wo ist der typ hinter dem stein irgendwo hier links hat okay ein hobby das ist der flenker oder ja also ja also einer so this was leute this was so